Das sind unsere sieben Adjektive, die wir täglich lieben und leben familiär, liebevoll, authentisch, augenzwinkern, kreativ, natürlich und großzügig. Dein Feedback ist uns wichtig, egal was du bei Karls machst. Du bist Karls und gestaltest uns mit. Täglich kannst du dich äußern und wirst gehört. Bei Karls gibt es auch Karten. Die Jahreskarte für dich und deine Familie und eine personifizierte Mastercard mit einem monatlichen Netto-Guthaben und einer automatischen Erhöhung bei steigender Betriebszuhörigkeit. Bei Karls ist eine betriebliche Altersvorsorge und Jobbike-Leasing selbstverständlich. Wir zahlen dein Gehalt pünktlich und rechnen es minutengenau ab. Wir wollen, dass es dir gut geht. Karls ist super international. Wir sind stolz darauf, dass wir weit über 20 Nationalitäten zu beschäftigen. In der Saison sind das sogar über 30. Wir leben und lieben die bunte Vielfalt. Wir leben und lieben Diversity. Durch unsere aufgeschlossene Unternehmenskultur sind wir ein interessantes, vielseitiges und großartiges Team. Bei uns ist jeder willkommen. Wir lieben Menschen. Wir sind mega stolz darauf, dass wir bei Karls ganz viele tolle Preise gewonnen haben. Zum Beispiel den Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern, den Top Hotel Opening Award, den ADAC Tourismuspreis und sogar für unsere Achterbahn K2 haben wir einen ganz tollen Preis gewonnen. Lass uns zusammen tolle Preise gewinnen, auf die wir gemeinsam stolz sein können. Unsere Online-Akademie hat einen Auftrag. Wir holen Hollywood nach Norddeutschland. Und es ist uns ein Vergnügen, unsere Karlsianer online zu schulen. Lachend lernen durch die Erdbeerwelt. Das ist unser Motto und das macht uns wirklich riesen Freude. Und ein bisschen stolz sind wir auch, denn unsere junge Online-Akademie hat schon ein paar Preise gewonnen. Bei uns bekommst du Personalrabatt auf jeden Einkauf. 15% im Handel und 50% in der Gastronomie. Jeden Tag erhältst du Wachmacher-Kaffee und Tee, damit du immer fit bist. Karls hilft und sponsort viele Familien in Not, aber auch Vereine für Kinder und Erwachsene oder andere soziale Projekte, die unsere Hilfe benötigen. Wir und unsere Fans halten eng zusammen. Schön, dass es dich gibt. Jeden Monat bekommst du von Robert, Stefanie und Ulrike ein Dankeschön für deine Leistung, für deine Einsatzbereitschaft und für deine Treue. So bunt wie wir sind auch die Geschenke, die jeden Monat kommen und die Grüße. Zum Beispiel ein schönes Brillenputztuch über einen Adventskalender bis hin zu leckeren Gummibärchen. Wir freuen uns auf dich. Ich bin Karls, weil hier bei Karls einfach schön ist. Ich bin Karls.